Beim Internet zu helfen möchte ich Ihnen noch einen kleinen Tipp an die Hand geben. Es findet ja gerade die Umstellung statt von Flash auf HTML5. Es geht einfach darum, dass ich mit meinem Smartphone vielleicht nicht unbedingt alle Internetseiten aufrufen kann und vielleicht auch nicht alle Inhalte sehe, weil sie noch im alten Flash-Format sind. Gerade was für Animationen oder Videos angeht. Das ist schon besser geworden, denn der neue Standard HTML5 setzt sich immer mehr durch. Aber viele fragen immer noch bei mir an, was mache ich denn? Mein Smartphone kann kein Flash. Es liegt auch daran, dass Adobe, also der Hersteller von Flash, der Entwickler, diese Unterstützung für Google eingestellt hat, für Google Android. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Hersteller, Entwickler, Softwarefirmen, die daran gearbeitet haben. Und als kleinen persönlichen Tipp, ob Sie das nutzen, das ist natürlich Ihnen überlassen, möchte ich Ihnen im Play Store einen alternativen Internetbrowser vorstellen. Und zwar hört der auf den tollen Namen Dolphin. Da ist er auch Dolphin Browser für Android. Den installieren Sie dann bitte, den laden Sie runter. Der möchte natürlich auch Zugriff haben auf Internet, E-Mails und solche Sachen. Er wurde auch schon über 50 Millionen Mal heruntergeladen. Mit dem können Sie auch ganz normal im Internet surfen. Aber der hat einen kleinen Vorteil. Der kann Ihnen nämlich auf Wunsch auch Flash-Inhalte darstellen. Wie das ausschaut, sehen wir uns einfach mal an. So, der Browser ist jetzt installiert. Ich öffne ihn immer direkt hier aus dem Play Store heraus. Wenn Sie den Dolphin Browser gestartet haben, dann bitte, natürlich können Sie jetzt eine ganz normale Internetseite aufrufen. Wir gehen jetzt aber mal in die Einstellungen. Und die erreichen wir hier über den kleinen Delfin in der Mitte unten. Einmal draufklicken. Da kann man das Design noch ändern. Man kann ihn beenden, Daten löschen und man geht hier in die Einstellungen. Und da sehen wir dann Flash-Player. Hier steht jetzt auf Abruf oder immer an oder aus. Das heißt, wenn er entdeckt, da ist ein Flash-Inhalt, dann markiert er den. Und ich sage, ja, den möchte ich gerne sehen. Oder aber ich schalte hier auf immer ein. Dann wird er automatisch wiedergegeben. Ist das nicht klasse? Einfach Einstellungen wieder schließen. Und Sie haben natürlich immer noch einen flotten Browser. Und vor allen Dingen, der hat noch einen kleinen Vorteil, wie einige andere auch. Sie können nämlich hier umschalten in einen sogenannten Desktop-Modus oder auch Inkognito-Modus. Desktop bedeutet, viele Internetseiten erkennen, ob sie die von einem Smartphone oder von einem Computer aus betrachten wollen. Und haben dann für Smartphones, weil die ja kleinere Displays haben, eine speziellere Anordnung, Grafik, Design, das halt optimal für dieses Smartphone passt. Wenn Sie aber sagen, Mensch, ich wollte den aber so sehen, wie ich den zu Hause auf dem Computer sehe, dann klicken Sie hier auf Desktop. Und dann wird die ganze Ansicht geändert. Und er sieht genauso aus wie bei Ihrem Computer zu Hause. Mal so als kleinen Tipp. Und Inkognito, was daneben steht, bedeutet einfach, ich surfe, ohne dass irgendwelche Daten oder Verläufe oder wo ich war, Lesezeichen, was auch immer, auf meinem Gerät gespeichert werden. Da sind Sie quasi anonym unterwegs. Probieren Sie das mal aus. Mir war es jetzt wichtig, nochmal zum Thema Flash Ihnen den Dolphin-Browser als eine Alternative vorzustellen. Wenn Sie den benötigen oder merken, ach, das eine oder andere kann ich nicht sehen, dann probieren Sie den doch gern mal aus.